Was ist das? Was? Was? Ja, super. Obwohl... Es ist eigentlich egal, weil... Töten tue ich so gut wie gar keines davon. Wenn ich eines töte, dann... bringt's nicht ganz so viele. Oh man. So, und jetzt die wieder. Genau, ja, ja. Dreht ihr noch... Diese... Es ist... Nee, es ist einfach nur so bescheuert. Es ist wirklich bescheuert. So, das jetzt gleich. Hier dann gleich ein bisschen aufräumen. Obwohl es ja auch nicht so viel bringt. Das Positive am Streuschuss war halt, dass ich... den Weg theoretisch auch schon... versuchend runtergehend frei machen konnte. Weil er halt in die Richtung schon geschossen hat. Hier, da muss ich dann... keine Ahnung, was ich dann machen soll. Weil ich... ich kann mich ja da nicht einfach... Ach komm. Wenn auch die Stelle nicht wär. Wenn... Wenn die Stelle einfach nicht wär, dann wär's... auch wesentlich einfacher. So. Nein, 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 ja, ja, ja. Nein! Däh... Ist das auch nur die dreifache Kraft von dem Magneten oder was? Weil... Sag mir nicht, dass man dann da nach vorne muss und dann drüber einfach mal. weil das wäre richtig bescheuert. Es ist auch absolut unspannend und langweilig und keine Ahnung, immer wieder bloß dasselbe zu sehen, die selben 5 Sekunden bis man hier beim ersten Kügelchen stirbt oder so irgendwas. Ist nicht wirklich das Spannendste. Nein! Mein Gott, mein Gott. Ich habe halt auch überhaupt nichts dazu zu sagen. Es ist halt wirklich bloß, ich versuche ja auf Teufel komm raus hier durchzukommen. Ja, das kann ich jetzt eigentlich gleich vergessen, weil ich jetzt das super Ding schon jetzt aktiviert habe. So, vielen Dank, dass ihr gar nicht schießt. Das heißt wahrscheinlich, dass die Dinge da drüben 20 mal mehr schießen. So, und jetzt rein. Hier da. Ach komm schon. Was soll ich denn tun? Ich... Ja, die schießen halt ewig und dann schießen die Dinger wieder und es ist halt immer dasselbe. alles... Ja, es regt so auf. So, hier ausweichen. Ja, sehr schön. Jetzt ist das da wieder. Warten. Und dann rein. Ja, das funktioniert vielleicht ganz so gut. Und jetzt... Ja, das zieht wirklich stärker. Da muss ich dann halt da nach oben und... Aber nach vorne? Ja... Nein. So, ihr seid gar kein Problem. Warum ihr da seid, weiß kein Schwein. Ja, weil er mich tötet. So, vielen Dank. Ach komm. Komm schon, komm, geht's da einfach. Ich hab wirklich keinen Bock mehr auf die Stelle. Ja, hat viel zu früh eingesammelt. Jetzt muss ich hier nach vorne... Ja... Keine Chance. Die Musik spielt halt doch immer bloß die ersten fünf Sekunden oder so irgendwas. Ganz toll. Das ist... Ganz, ganz toll. So, ja... Nein! Und kein Checkpoint, oder? Natürlich nicht! Natürlich nicht! Ich... Ja, komm, ich weiß doch... Nein! Nein! Ich hätte beinahe das Ding eingesammelt. Ich... 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 Mach' ich halt gleich so... Dann versuche ich halt die Position wirklich zu halten... Was aber halt nicht geht, weil man muss noch gegensteuern und dann... Kommt man halt auf das neue Ding und dann... Ach... Ich hab' ich den letzten Ding vielleicht einfach durch... Und dann gleich nach oben, aber das ist eine viel zu lange Strecke, um da einfach durchzufliegen. Was war da? Dann einfach... Nein! Ach, komm. Ach, Mann. Oh, das ist... Das ist... Nee, es ist... Es ist gerade einfach nur noch dämlich. Das Level geht halt... Ja, geht halt mit Ewigkeiten. Kann ich jetzt auch nichts machen. Das sind super tolle Ideen wie diese Magneten. So, und jetzt durch... Ja, und komm, bitte. Ja, wie viele Viecher denn noch bin ich... Natürlich nicht. Natürlich, wieso auch? Ich meine, ich habe es ja nur durchgeschafft, aber nein, da ist natürlich kein Checkpoint. Ich meine, wir sind hier in dem super tollen Level. Wieso sollte man da Checkpoints machen? Ja, komm. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich das gemacht habe, sonst würde ich es ja wieder tun, aber... Ja, so ganz bestimmt nicht, ganz ehrlich. Ach, das lässt sich einfach nur... Riesen... Ach, Scheiß. Und rein. Nein! Natürlich nicht. Wieso auch? Nein! Nein! Wieso bin ich denn wieder zurück? Na, weil ich da oben auch nicht überlebe. Wieso müssen da dann auch noch ewig viele Dinge kommen? Kann man da nicht einfach so kurz in Ruhe... ... Ruhe-Dings machen? Ach ja... Aber wahrscheinlich ist es da hinten noch gar kein Checkpoint. ... ... ... ... ... Es reicht ja nicht, da durchzukommen. Du musst auch noch, keine Ahnung, irgendwie 20.000 Gegner töten und... ... ... ... ... ... ... ... Du hast da einfach keinen Bock mehr auf das Wobe. Das geht dann so auf die Nerven... ... ... ... ... Und, ach, vielleicht hätten wir mir auch, na egal.